und ich glaube fast wir sind schon gleich da drei stein labor das war ja wohl eine perfekte landung habe ich den weh gemacht hier geht's los dann reparieren wir das mal hier dann hier und das auch noch du bist hier super ich brauche deine hilfe gesehen wie sie die flora beeinflusst ja ja es ist einfach widerlich stimmt und nicht nur die pflanzen die tiere finden nichts zu fressen und leben im schmutz die navi verlieren ihre nahrungsgebiete alles auf pandora ist verbunden jeder schaden betrifft das gesamtsystem und den widerstand wir müssen unbedingt weiter erforschen aus welchen pflanzen wir nährstoffe gewinnen können die für uns menschen geeignet sind kranke pflanzen können also nicht erforscht ja die war vorhin noch nicht gerade untersuche ich eine pflanze namens flamingo orchidee für gute daten brauche ich saubere früchte ich weiß wo sie im überfluss wachsen aber wir haben nicht viele leute in den feldlaboren wärst du so nett weil die ist gemein ach die scheiß dinge flamingo orchidee ok die habe ich schon öfter mal getroffen jetzt muss ich mal sammle die proben die alexander aus dem forschungsbereich benötigt grad bären früchte das heißt oder hatte ich doch schon so viele besser gehören ok da muss ich erst mal ausweichen und dann kann ich pflücken oder pflücken und sich versteckt eine gefunden sieht reif und gut aus das ist die gleiche von vorhin nö alex hier stimmt was nicht was meinst du ich fühle mich beobachtet das gefällt mir nicht hau lieber ab da ernsthaft ja das war die von vorhin oh ja das klingt nicht gut ne lauuuuff ok ok kann aber pfliegen ja 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 klingt groß. Achso. Jetzt. Aber du kannst erst scannen, wenn du dem gegenüberstehst. Vorher noch nicht. Ja gut. Geschichten sind nicht festgeschrieben. Dann werde ich mich ihm stellen. Fließen von Person zu Person. Generation zu Generation. Ach. Nicht enttäuscht sein. Eine Geschichte habe ich noch. Telefon. Hey, Louis hier. Habt einen Tipp über ein paar RDA-Jungs bekommen. Wird übel. Ja, ich weiß. So verdienen sie ihr Geld. Aber das ist dann doch irgendwie sehr komisch. Aha. Ein vergrabener Schatz. Das müsste die richtige Insel sein. Was war das? Oh ja. Ich höre ich da gerade mal ein Herz. Oder die Schritte von dem Vieh. Oh Gott, alle Leute. Das fängt an zu brummen. Das ist ja geil gemacht. Ah, der hätte man jetzt Schlag. Cool. Wieso kann ich mich nicht konzentrieren? Äh, halt. Geil. Der Hedgechlag wird immer schneller. Ich glaube, ich bin richtig. Oder das Vieh ist einfach sehr nah. Jungen. Der. Okay. Das mit dem Scannen war dann doch etwas schwieriger als gedacht. Pass auf, wie ich das jetzt mache. Komm. Komm. Oh Gott, Alter. Oh Gott. Schnell. Ah. So. Oh. Verdammt. Scheiße, da kommt er hoch. Nee. Alex. Das Multitool-Funktion. Ein Tannatorenbau? Ja. Stimmt. Weit abgelegen. Keine Verschmutzung. Natürlich hätte ich damit gefährlichen Tieren rechnen müssen. Und ich habe dich ohne Warnung losgeschickt. Wie dumm. Dem sei doch der Mantel flattert. Und ich habe nur ein paar Proben für dich. Ich hätte gern mehr geholt. Der hat bestimmt Bohnensuppe gegessen. Wenn die Proben gut genug sind, werden die Ergebnisse ausreichen. Genau, entweder ein Dragen oder ein Transportschiff kann dir da begegnen. Das wird Leben halten. Ah, okay. Beim Erforschen von Pandora sind viele gestorben. Einige kannte ich gut. Sie hätten noch so viel tun können. Ich muss die Risiken besser abwägen. Ihr vertraut mir, wenn ich euch rausschicke. Ich muss beweisen, dass es die Sache wert ist. Deine Proben werden dabei helfen. Der große Kampf. Deiner Brei mit den guten Zutaten nur 10 Minuten lang wirkt, würde ich ihn zum Ende der Mission essen. Okay. Okay. Kannst du mir vielleicht nochmal so einen kleinen Wink im Zaunpfahl geben. Wir sind in der Überzahl. Unser Blut brennt mit Ewa's Ruf. Wir locken sie heraus. Basu. Sie nahmen seine Stoßzähne. In das große Auge blickend. Kalt. Dunkles Wasser. Konnte ich nur darin ertrinken. Harding gibt nie auf. Ein Frontalangriff ist nutzlos. Dann verschwinde, wenn du schon geschlagen bist. Genau. Heu rum. Heu rum. Dies bringt, um die Nadi zu Ende. Gruppost. Checkt den Shop. Ach. Die gibt es aber nur noch in schwarz. Okay. Gehe zur Absauganlage in der steinernen Feste. Gib Bescheid, wenn du drin bist. Dann locken wir ihre Krieger raus, um zu kämpfen. Wenn sie draußen sind, machst du das Campblatt und spürst Harding auf. Besser geeignet für enge Räume. Lass sie ihn singen. So, willst du noch schnacken? Nisim wollte dir nicht wehtun. Bogen testen. Das war wirklich sehr schlau. So, er kennt die Taktiken des Widerstands und die der wie? Er kann für uns sprechen. Ich mache andere Sachen. Ich koordiniere den Rest von uns. Flogabertwerber. Beim ersten Mal dachte ich... Oh. Ja, ja, ja. Hau ab, Fury. Hau ab. Beim ersten Mal dachte ich, wie lange geht diese Mission denn noch ehrlicher? So wild? Was ist denn? Oh. Ja, aber da war ich noch voll schlecht am Kämpfen. Ja, das bin ich immer. Ja, wir gucken einfach mal. Dejlan, was kannst du mir über die Basis sagen? Okay, also es ist eine Anlage zur Gasgewinnung und Aufbereitung. Du musst einen Weg zu den Einspritzventilen finden. Munition. Jawohl. Okay, einen Weg zu den Einspritzbehältern. Hmm. Da ist ein bisschen was los da drin. Da könnte ich hoch. Kann ich die hier sabotieren? So? Nee. Nur kaputt machen. Aber das ist laut. Das mache ich lieber nicht. Okay. Gehe ich da mal rein. Oh Gott. Achso, hätte ich dran schlagen müssen. Wahrscheinlich, ne? So. Ach, mit Sid? Ah. Oh, einer mit Raketen. So, jetzt muss ich halt nur wissen, wo ich mich da reinschleichen soll. Ich weiß, was für Monster sich hier draußen im Wasser verstecken. Das sieht aus wie ein Eingang hier. Ah, scheiße. Ich wollte spannen. Oh, nein. Ich drehe mal eine Runde. Sie sind alarmiert. Ich muss kurz warten. Ich finde, das ist besser. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wir kommen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. sicher wo es war knapp na ja zielen mache ich immer das mache ich ganz automatisch die situation gerade hier ich hoffe die lassen auch mal irgendwann wieder locker da war der nein nein runter 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 dieser ort ist weitläufig weißt du wo die injektoren sind unter der erde in den gasminen es sollte da einen lift oder so geben also verstecken Kann hier bitte mal jemand mit einer Granate das Maus schnappen? Warum muss ich mich mit dir umschnappen? Okay, das läuft ja schon mal ganz in Ordnung bisher. Hm. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das sind echt eine Menge, ne? Hallo? Jetzt. Geht's da rein? Nein. Wo stehen die da jetzt? Oder sind die noch weiter weg? Okay. Daylan, was sind die Injektoren? Sie boten Flüssigkeit in den Boden, um an das Gas zu kommen. Sie dürfen da nicht rankommen, also musst du zuerst die Pumpe sabotieren. Okay? Sei schnell, bevor sie zurückgesetzt werden. Aha. Angeblich gibt es ein Navi, der größer ist als ein Baum. Wenn ich dir so den ganzen Tag zuhöre, würde ich mir am liebsten die Ohren vom Kopf reißen. Den Ameisenhaufen komme ich besser nicht zu nahe. Was hast du gesagt? Gibt es auf diesem Mond irgendwas, das uns nicht zum Mittag verputzen will? Was? Steht es besser mit mir? Warum werden wir hier so komisch angeguckt? Wir wollen den Schwarzmarkt nicht unter ihrem Dach. Prech. Wir sollen sie beschützen. Steht ein Sniper? Da kommt gerade ein Sniper. Nur eine kurze Reichweite. Okay, danke. Warte, ich muss die beide sehr schnell wegmachen. Cool. Ah, komm. Scheiße. Okay, okay. Jetzt kommt der gleich angewackelt. Der da? Dann läuft der erstmal weg. Okay. Ich mache sowas gerne mit einem Giftfallen. Habe ich, glaube ich, gar keine. Oh. Folter Knopf. Na, kommst du her? Nee, gut. Aber ich muss die beiden schnell drücken, ne? Ja, könnte ich tatsächlich mal machen. Zeit, sich zur Ruhe zu setzen. Oh, shit. Jawoll, sehr geil. Oh, jetzt. Oh, jetzt. Ich muss das sabotieren. Ah. Sabotiert. Aber das Gift ist nicht so gut für mich. Ich werde mich nicht so gut für mich. Ach. Also, ich werde... Kommt, hier die Ziom, Digga. Geh weg. bisschen doof wenn ich den da oben jetzt erst mal weg baller wenn er wieder davor kommt er kommt gar nicht so weit okay dann muss ich mich um den kümmern super super dann bist du dran voll erwischt und das hat jemand gesehen ein sniper sicher nichts hier nein was ist scheiße nein alter mach keinen scheiß jetzt jetzt aber okay hier ist clear dann kann ich hier sabotieren wie großer was andere da Komm, 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 komm Hä? Okay, dann mache ich erstmal das Ding weg Schnell, schnell, schnell Okay Okay Schau Aber ich wusste beide Wo ist die zweite? Na doch, hat geklappt Okay Okay Dann gehen wir zu A Oder? Es hat doch geklappt Ja Nein, Munition habe ich nicht verbraucht So So Hoch nehme ich an Ist voll Ja Nee Nee, da geht's gar nicht weiter Da geht's gar nicht weiter Da hinten war ja auch kein Weg Da geht's nur hoch Ja Und da ist zu Oder ist jetzt offen Nee Zu Oh, muss ich jetzt ganz wieder raus? Nee, ne? Da war doch nix Am Anfang Was verpasst, meinst du? Das stimmt A Nee, genau Wir haben jetzt C und B gemacht A noch nicht Was ist denn A Ah Da hat was nicht geklappt Achso, das ist A Okay Ich dachte B wäre A Okay, da ist das Ding Okay, gut So Nahrung Erst Muss ich dann auch gleich Da-dum Injektoren abgestellt Du kannst den Rohren folgen Bis zur Wie war das noch? Fluidfertigung Ja Sie nennen sie Die Zecke Die Kitt Da kommt Das hier Das unnötige Zeug So Alles klar Alles klar Was? Was? Das sagt wer Abwarten Abwarten Ich dringe weiter in die Basis vor Sei aber vorsichtig Es sind bestimmt noch welche drin Was ist da draußen los? Wir haben die RDA überrascht Sie dachten nicht, dass wir mit den Navi zusammenarbeiten Es sind leider ganz schön viele Boah, kannst du den gerufen? Nee, dann muss ich hochjumpen Oder noch besser Krabbeln Was? Ja, ich bin Alle nicht-militärischen Mitarbeiter zu den Sammelpunten. Wiederhole, alle nicht-militärischen Mitarbeiter sofort zu den Sammelpunten. Oh, nein! Nein! Verdammt. Oh Gott, mich hat's runtergerutscht. Scheiße, man. Die RDA hat ihre Truppen neu aufgestellt. Sie leisten heftigen Widerstand. Ist das schlimm? Es ist chaotisch. Ich bin kein General, aber gegen Menschen und Navi zu kämpfen, verwirrt sie wohl. Wir sollten Sully schützen. Alma? Ja, ich weiß ja nicht, ob Feinde da sind oder nicht. Kann das sein, dass sie da irgendwo ums Eck stehen? Da bin ich lieber vorsichtig. Ich will nicht wissen, wenn du Harding findest. Sie haben die Hütte zerstört und jetzt sind wir da. Das ist eine Basis und kein geschissener Außenposten. Wir fallen das aus. Verhobene. 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 Das war's für heute. Weiter zur Verarbeitung. Hier verarbeiten sie das natürliche Gas zu Chemikalien zur Herstellung von Entzugsflüssigkeit. Da wird viel Druck in diesen Rohren herrschen. Wie nennt auch immer das? Eine Achillesferse? Achillesferse. Eine Schwachstelle. Oh, hier ist das. Ne. Was ist das denn? Oh, da kann ich mehr zurück. Okay. Ah, so kann ich zurück. Ja, da muss ich aber lang. Zack, zack, zack. Und... Ich weiß nicht, wie du reingekommen bist. Ich weiß nicht, wie du auskommst. Mach das platt. Halt es auf Hauptstadt. Auf eure Posten. Nur drei. Nehme Stellung rein. Das ist ja eine Beleidigung. Auch nur da. Okay, fangen wir mal an. Sichere die Position. Ah, scheiße. Das war so klar. Oh, kusack. Oh, kusack. Oh, granate. Suche neue Position. Kapiert. Vorne noch Verschöpfung an. Leichter. Du hast drückend geguckt. Ich bin unter. Ich bin erledigt. Was hier? Ich schwör. Oh, kacke. Halt du dich doch. Schnell, schnell, schnell. Du warst nie besonders schlau, aber hartnäckig muss man dir lassen. Oh, Glück gehabt, Digga. Nur noch du. Lone Ranger. Okay, also Schleichen ist jetzt mal vorbei, würde ich mal behaupten. Jetzt wollen sie Krieg. Kannst du noch Gasflaschen? Ja, 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 ja. Alles was rot ist, kann man in die Luft jagen. In jedem Spiel. Okay, da kann ich hoch, wenn was ist. Oh. Ich dachte, der kommt gerade hochgerannt. Gut. Die werden brennen. Regle breiter. Alte Stellung. Du bist so nicht. Oh. An mir kommt niemand. Suche Deckung. Verstanden. Ich habe gerade gesehen, wie es ein LPA erledigt hat. Oh, er lebt noch. Die Bohre. Lass sie jetzt mal krachen. Es ist sinnlos, das weißt du. Was du zerstößen, brauchen wir gleich klaufen. Hier einfach. Zine von Widen verw seinen Schädigern. Los, ihr neuer zwei zweite Geschäte. kl. Klaubs Trommel washed externt. Ertêuers. Nach patienten. Bada B языceria sind auch das Stabe. Lass das Klaubs Prücher. Gehen wir! Da drüben! Macht nicht klar! Feuer! Freitag auf es! Ah! Okay! Gift in der Luft! Ich muss aufpassen! Du bist erledigt! Verstehe dich laut und deutlich! Brei jetzt essen! Okay! Hab den Ding eingeheizt! Gerne, wiederbelebende Brei! Ja! Ah, zack! Oh, der Drecksack! Komm! Haben noch erwischt! Okay! Der Schützvergifter! Ah! Gut, ich muss die aber nicht kaputt machen, ne? Das letzte Giftteil noch! Ja doch, ist aber alles zu! Geht's doch nicht weiter! Okay! Hä? Jetzt! Alles kaputt machen! Ja, okay! Wir noch! Unglaublich! In Ordnung! Wenn du es unbedingt so willst! Ja komm! Alle Rohre zerstört! Oh! Warte! Auf! Schneller, schneller, schneller! Warte mal stehen, Kollege! Sonst treffe ich dich ja gar nicht! Okay! Kann ich was trinken! Ah! So! Mal! Habe ich keins benutzt? Ne! Ja toll, lass mich doch im Stich. Hm? Ah. Cool. Ja. Das war der Rückzug! Alter. Gut. 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 Wie hat sie wegen der Sessua rund gemacht und sie zurückgepfiffelt? Gut. Je mehr sie sich gegenseitig bekämpfen, desto besser. Draußen herrscht auch gerade Chaos. Die Audi A ist langsam am Ende. Glaubst du wir gewinnen? Wenn du sie dazu bringst die Einrichtung aufzugeben, bin ich mir sicher. Ah. Ja. Tadum. Guck mal was. Yuck. Oh, 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 oh. Zack, 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 zack. Da hast du jetzt als Modell gesehen? Schade, die Rechnung ist gleich vorbei und dann kommt noch mehr Gift. Oh, nicht gut. Na, bitte. Ich bin schon fast dort. Okay, wenn du die Zecke siehst, bist du da. Ist nicht zu übersehen. Dort sind kleinere Tanks. Du musst die Rohre zerstören und das Ventil schließen, um Druck aufzubauen. Geil. 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 Er schieß es, lass es nicht nir~~ kommen. Geil! 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 erledigt jetzt das ventil oder ok Mach es fertig! Ventil ist zu! Jetzt zum zweiten Punkt. Erst Rohre, dann Ventil. Aber pass auf das Glamm auf. Das ist so rein. Ich bin meine Position. Eingesichtet! Sehr schön. Bop, bop! Komm, ich schmeiß doch! Oh, da unten muss ich noch. Okay. Oh, da! Hier nicht! Da! Ah, Leute! Tschüss! Schau! Doch noch? Da! Oh, nein! Oh, fuck! Okay. Da noch. Okay. Denn... Wo ist es? Wo ist es? Wo ist das scheiß Ventil? da ist warum heilst du dich nicht heilig doch man wo muss ich hin ok essen bringt das was halt jetzt ist schon ok muss aber zurück aber ich habe nichts mehr da waren doch überall waren doch helft packs vielleicht haben wir auch welche noch mal genug so aber ich muss noch mal da rein da bin ich schon zu weit da keine spur davon das ist echt noch mal rein wo da oh nein ich will ja nicht hoch das ist das ist da gas wird abgelassen das heißt dass die notfalldruck Ventile offen sind. Wenn du sie zerstörst, war es das für die Zecke. Es wird eine große Explosion geben, also sei vorsichtig. Ich dachte, da kommt der rein. Okay. Ich denke, da bin ich nicht in der Führung durch die Gegend geschnitten. Voila. hopp 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 ach leck mich doch ne ist schon nichts wie raus hier ach so da maschine zerstört aber ihr schatten bleibt wir sollten dort weg kurz bogen schießt schneller okay vielleicht brauche ich das jetzt weg hier junge 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 was ne schießerei aber ne geile basis geil verwinkelt und so ziemlich cool ok ich hab das gefühl ich treffe da gleich auf irgendjemand vielleicht aber auch nicht kann ich den ikran holen ja hier hier selbst davon packt er nicht ich dachte gerade das wäre ein buggy das wäre natürlich auch cool gewesen ja lief wirklich gut bin überrascht vielleicht klappt er so langsam hier mit dem controller bis dann ein guter tag für den widerstand und ein ganz düsterer für die anachie und harding hat wohl heute auch keine trophäe ergattert los gehen wir zu den anderen du digger stolz auf mich ja meine warien ja war nichts dabei aus dieser welt zu ewa lebendig in ihr niemals vergessen doch zu euch oder verknüpft wie leder ja die seswa müssen alle kinder ewas beschützen das herzlose schlachten wird ein ende haben ich hoffe wir können unsere sperre bald senken und sanke am feuer trinken ja wenn das dröhnen ihrer maschine nicht mehr am himmel halt ihr müsst nicht allein kämpfen trag die flamme unseres siegs in dir zamsiu möge sie in vielen herzen feuer entfachen aber die 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 Vielen Dank.